Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, es ist bald Weihnachten und ich habe bald ein Weihnachtsgeschenk für euch. Und das liegt gerade vor mir und ich bin ganz aufgeregt. Aber hallo, wie geht es euch? Ich kann kaum noch schlafen. Hallo Freunde, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe heute ein anderes Video. Ein Video, was mir wahrscheinlich sehr schwer fallen wird. Denn ich lese immer wieder den Kommentar, Maxim, du benutzt zu viel Puder. Guess what? Heute benutzen wir gar keinen Puder. Wir werden den kompletten Make-up-Look nur mit Creme-Produkten schminken. Creme-Foundation, Creme-Concealer, Creme-Blush, Creme-Bronzer, Creme-Highlighter, Creme-Lidschatten, everything. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Bald ist Weihnachten und ich überlege gerade, wie ich das Video für den 24. für euch mache. Aber ich dachte mir, wir setzen uns einfach mal hin. Ich schminke einen Look und benutze Produkte, die ich selber noch nie benutzt habe von Danessa Myricks. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Das ist eine amerikanische Marke. Die auf sehr besondere Effekte setzt. Und die gibt es jetzt in Deutschland. Ich habe die Produkte von Purish zur Verfügung gestellt bekommen. Stand heute. Ich habe noch keinen Code. Falls ich einen bekommen habe, ich werde fragen. Heute ist Sonntag. Ich frage morgen direkt nach. Setze ich euch den Code einmal hier unten hin. Damit könnt ihr ein bisschen was fragen. Auch den Nessa Myricks. Purish ist ja meistens immer sehr freundlich und gibt uns immer einen schönen Code. Die Produkte sehen sehr spannend aus. Und ich habe einen Look neulich auf TikToker sehen, den ich heute so ein bisschen mit in dieses Video mit reinbringen möchte. Und ihr werdet, wenn ihr ganz aufmerksam seid, einige meiner neuen Produkte sehen. Ich war ja vor ein paar Tagen in Hannover und wir haben die Kampagne gedreht. Ja, ein bisschen langsamer. Freunde. Freunde, I can't. I just can't. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich war noch nie so aufgeregt vor einem Launch wie vor diesem, weil es einfach der größte Launch ist. Und eine Person hat es bis jetzt erraten. Und wahrscheinlich, weil sie direkt an der Quelle sitzt. Freunde, wir starten. Ich habe ein Beauty Oil bekommen. Das soll das Gesicht hydraten und so ein bisschen alles glowy machen. Mag ich persönlich sehr gerne. Heute ist ja wirklich so ein glowy day. Ich nehme wirklich nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Wenn ihr mit Öl arbeitet, als Primer oder als Grundlage für euer Make-up, dann ist weniger mehr. Ich probiere so ein bisschen. Ich habe erst überlegt, ob ich es nenne. Ich wandle meine Hate-Kommentare in einen Make-up-Look um. Aber dafür kriege ich zu wenig Hate-Kommentare. Deswegen habe ich gedacht, okay. Also eine der größten Kritiken ist immer, dass ich zu viel Puder benutze und zu viel Produkt. Deswegen werden wir das heute so ein bisschen anders machen. Und mit so einem glowy oil sieht das Ganze schon natürlich super, super frisch aus. Das riecht ein bisschen floral. Sehr, sehr leicht aber. Also nicht so überdramatisch. Und was man damit sehr, sehr gut machen kann, man kann das in Foundations mischen. Ich benutze meistens ein Face Oil, was nicht fürs Make-up gemacht ist. Dadurch ist die Chance aber sehr, sehr hoch, dass sich das Öl mit der Foundation nicht verträgelt. Und so ein Beauty-Oil kann man eigentlich immer getrost in jede Foundation mit reinmischen. Außer sie ist auf Wasserbasis. Deswegen benutze ich auch heute nicht meine liebste Rival de Loup Foundation. Sondern ich benutze die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Die ist einer meiner liebsten Foundations. Super günstig. Sehr, sehr deckend. Sehr lang anhaltend. Und eigentlich das Schöne ist, ihr kennt mittlerweile meine Foundations ja schon sehr gut. Ich arbeite auch heute mit einem Pinsel, um mir wirklich nur so einen Hauch an Deckkraft drauf zu geben. Ich probiere heute wirklich mal auf Verbesserungsvorschläge einzugehen, die in den Kommentaren kommen. Es bringt ja nichts, wenn ich sie lese und dann auch sie nicht probiere umzusetzen. Und deswegen bin ich da immer super, super dankbar. Weil viele haben immer sehr, sehr hilfreiche Tipps. Entweder für mich, aber auch für andere Leute aus der Community. Das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, schauen wir uns mal an. Und ich habe es ja auch von Laetitia gelernt. Sie ist ja auch ein Fan davon, weniger Produkt zu benutzen und dann punktuell nur die Deckkraft aufzubauen. Und ich arbeite einfach mit der Foundation wirklich in ganz, 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 ganz dünnen Schichten. Ich benutze dafür auch den T2 Pinsel von Laetitia Lemak und baue mir einfach hier so ein bisschen Deckkraft auf. Mir geht es heute wirklich darum, den Fokus auf die Augen zu setzen. Meistens ist ja bei mir der Fokus auf der Base. Aber heute, nein, wobei? Vielleicht kriegen wir auch beides hin. Also Deckkraft, muss ich sagen, ist so natürlich wesentlich leichter. Ihr könnt natürlich durch das Öl das Ganze noch frischer machen. Aber dadurch, dass ich heute nicht unbedingt Puder benutzen möchte, bleibe ich erstmal dabei. Ich mache immer ganz schnell die andere Seite. Mit dem Pinsel geht es super, super schnell. Ich benutze heute auch extra nicht mein Microfiber Multitool, weil ich das natürlich benutze, um wirklich das meiste aus dem Produkt rauszuholen. Heute möchte ich eher so ein bisschen Farbe raufsetzen. Und ich dachte, ich quatsch mit euch einfach mal so ein bisschen, was in den nächsten Wochen passiert. Weil ich glaube, ich habe es diesmal hinbekommen, nicht viel darüber zu reden, was jetzt ganz bald passiert. Und das fällt mir natürlich immer schwer, weil ihr seid ja meine Freunde. Und meiner besten Freundin oder meinem besten Freund muss ich natürlich immer alles brühwarm erzählen, was gerade passiert. Aber diesmal habe ich es einfach gar nicht gemacht, weil ich die Überraschung nicht kaputt machen wollte. Weil das wirklich eine sehr, sehr große Überraschung sein wird. Nicht nur für euch, sondern auch für, ja, ich glaube für ganz, ganz viele Leute, die mich kennen. Egal ob privat oder geschäftlich, weil das gab es halt so noch nicht. In dieser Art und Weise. Und es sind halt einfach nicht mal mehr vier Wochen. Jeder und jede von euch kann das haben. Ich habe es geschafft, Produkte zu kreieren, die so günstig sind, dass ich es selber nicht verstehe, wie das möglich ist. Und das ist iconic. Foundation ist eingearbeitet. Ich bin jetzt einfach nur mit so einem Schwämmchen ganz leicht hier rüber gegangen. Also es sieht schön aus. Es sieht auch sehr frisch aus. Ich drehe mich so ein bisschen, dass ihr das Ganze mal erkennen könnt. Und komme ein Stückchen näher. Aber ich persönlich würde natürlich da noch eine Runde rauflegen. Nichtsdestotrotz habe ich noch extrem viel Foundation hier. Die kommt jetzt zur Seite. Die benutze ich später, wenn ich mich neu schminke. Und wir machen mal weiter mit einem weiteren Produkt von Danessa Myricks. Das ist dieses hier. Das Ding von Danessa Myricks ist, dass sie ganz, ganz viele Produkte hat, die multifunktional sind. Und das ist ja etwas, was ich persönlich auch immer sehr, sehr gerne mache. Ich benutze den Lippenstift als Blush. Ich benutze dies für die Augenbrauen. Ich mache dies und das. Und sie hat die Produkte auch schon so konzipiert, dass sie auch für alles möglich sind. Das ist jetzt ein Vision Flush. Damit soll man einen Hauch an Farbe auf die Haut bringen können. Ich habe es vorhin schon mal geswatcht. Es kommt mit so einem richtig schönen, guten Applikator. Ihr könntet das theoretisch auf den Lippen benutzen. Nehme nur das. Das ist so unfassbar pigmentiert. Ein Hot, Hot Pink. Und gehe auch mit meinem Foundation Brush hier rein, dass ich wirklich nur so ein Flasch an Farbe in mein Gesicht bringe. Und stempele mir das rauf. Dadurch nehme ich natürlich ein bisschen von der Deckkraft weg. Ein bisschen geht noch vielleicht. Jetzt habe ich natürlich auch das Öl noch mit drin, was dann richtig schön in die Haut einzieht. Ich drehe mal das Licht weg, dass ihr mehr Effekt auf meiner Haut sehen könnt. Und das ist eine ganz, 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 ganz zarte, wasserbasierte Textur. Und vor allen Dingen, wenn ihr trockene Haut habt oder Haut, die vielleicht auch schon ein bisschen reifer ist und die zu kleinen Fältchen neigt, sind diese cremigen Texturen natürlich etwas für euch. Die verbinden sich einfach viel, viel besser mit der Haut. Und ich merke auch selber, dass ich immer mehr zu Creme-Produkten tendiere, weil sie schöner auf meiner Haut mittlerweile aussehen. Die Haut hat sich einfach in den letzten Jahren natürlich bei mir auch verändert. Und das ist ja auch in Ordnung. Und ich merke einfach, dass ich, auch von meinem Geschmack her, werdet ihr es mitbekommen haben, es hat sich alles so ein bisschen verändert. Wunder, wunderschön, auch in Kombination mit der Foundation und diesem Glowy Oil. Man kann das hätten. Ich will heute wirklich probieren, so wenig Puder wie möglich zu benutzen, außer vielleicht unter den Augen. Base ist ein Hauch an Farbe und das mag ich persönlich im Moment sehr gerne. Es sieht halt einfach super, super luxuriös aus. Ich weiß, es ist nicht unbedingt alltagstauglich, gar nichts an Puder zu benutzen. Puder ist eine wichtige Sache und werde ich auch immer benutzen. Ich habe nämlich, nein, 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 ich darf nicht zu viel verraten, Freunde, weil, egal, wir machen weiter. Als Concealer benutze ich den Anastasia Beverly Hills Concealer. Auch der ist fantastisch. Und das Schöne bei dem ist, der settet sich selbst. Und das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Das habe ich so auch selber noch nie erlebt. Ein Concealer, der sich wirklich selbst settet, aber der nicht matt wird, sondern der wirkt so frisch. Schaut mal, der ist extrem deckend und wenn ich den mit einem Pinsel einarbeite, habe ich genau dort Deckkraft, wo ich sie haben will. Und ich habe viel zu viel benutzt. Also ihr seht, ich habe nur einen kleinen, ganz, ganz kleinen Punkt ins Gesicht gesetzt und kann mit dem Rest dann jetzt hier noch so ein paar Highlights setzen. Also ich bin ja Drogerie-Maus schlechthin, aber ich weiß, dass manchmal so ein Concealer, der kostet, glaube ich, 24 Euro. Hier sind aber auch 12 Milliliter drin. Also das ist wirklich eine Menge. Und damit kommt man Ewigkeiten aus, weil man so wenig braucht. Also von der Preisleistung ist das schon, ich würde sagen, so L'Oreal-Preissegment, wenn man es runterrechnet. Extrem aufgehellt, extrem frisch. Jetzt sette ich das Ganze wirklich ein bisschen unter meinen Augen. Ich nutze dafür aber ein Creme-Puder. Das ist hier von Wishful, das Glowish-Puder. Und das ist wie so eine Creme-to-Powder-Texture. Das ist ganz spannend, weil sie sich eigentlich pudrig anfühlt, aber sie so ein bisschen glowy runtertrocknet. Und perfekt für diesen leichten Effekt. Also es nimmt den Glow nicht weg. Sehr, sehr gutes Puder für genau das. Überall im Gesicht habe ich es auch gekauft und war erst begeistert. Aber ich habe irgendwas nicht vertragen und habe auf meiner Stirn, ich habe es Gott sei Dank wieder wegbekommen, eine allergische Reaktion gehabt und hatte ganz, 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 ganz viele mini, mini kleine Pickel auf meiner Stirn. Und wenn man so eine unruhige Haut hat und dann ein Highlighter-Puder, ein Glowy-Puder darauf gibt, dann macht das das Ganze nur noch schlimmer. Aber ihr seht, Base ist sehr frisch. Ich nehme jetzt hier noch das Max Factor-Puder. Übrigens vielen, vielen Dank für euer Feedback zu der Max Factor-Foundation. Ich habe mich gefreut. Max Factor hat sich natürlich auch gefreut und ich habe die Foundation auch in meiner Kampagne getragen. Glow ist da. Alles noch frisch. Wir haben eine Highlighter-Freunde. Und auch der sieht super, super spannend aus. Der kommt nämlich auch hier in dieser schönen Tube. Das ist der Vision Flush Highlighter in der Farbe Tiara. Auch der ist sehr, sehr pigmentiert. Das Ding ist, die Sachen sind nicht ganz so günstig. Ich glaube, die kosten 25 Euro. Aber das sind 6 Milliliter und dadurch, dass sie halt so pigmentiert sind, braucht man nicht viel davon. Und ich nehme jetzt auch hier wirklich den Concealer-Pinsel von eben, lad den Pinsel auf und platziere mir das dann hier hin, da wo ich eine kleine Highlight-Ecke haben möchte. Und ihr seht, sofort verbindet sich gut. Und vorm Puder macht, dann könnt ihr das natürlich auch komplett in eure Foundation mischen oder dahin, wo ihr wollt. Sehr, sehr schön. Ich mag die Texturen sehr gerne. Ich habe die Tage schon mal so ein bisschen mitgespielt. Jetzt noch kein Full-Face-Make-Up. Auf der Hand ein bisschen geschaut, wie verhält sich das. Und ihr seht schon, na, also das ist halt ein sehr luxuriöses Finish. Das ist nicht so dieses schnell mal raufgeklatscht und funktioniert, sondern man spielt damit und man hat halt einen sehr edlen Look. Jetzt, Freunde, wird es aber spannend. Es gibt nämlich diese Schätzchen hier. Ja, das sind Colorfix Mud, Waterproof Mud Liquid Pigment. Für das Auge, für die Lippen und für die Cheeks. Color Range ist extrem hoch. Wir haben wirklich diese Warm Tones. Wir haben Schimmertöne, die runter trocknen, die auch wasserfest sind. Das heißt, sehr, sehr langanhaltend. Wir haben auch eine Lidschatten Base. Die will ich jetzt aber gerade nicht benutzen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie sich dann vermischen. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel, weiß ich nicht, hier dieses Rosa mit dem Schwarz mischen. Und habe dann nochmal eine andere Farbe. Also man braucht vielleicht ein paar Grundfarben und kann sich das dann mischen. Es ist halt ein sehr kreatives Arbeiten. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt hier die Farbe Creme Brulee. Und man braucht nur ein mini, mini bisschen. Die sind extrem pigmentiert. Ihr müsst halt überlegen, so ein Puder-Lidschatten, der ist konzipiert, dass da Füllstoffe drin sind, dass es sich verblenden lässt. Hier ist eigentlich nur Pigment mit einem Mixing Medium vermischt. Das auf die Lippen als Blush, mega schön. Ich gebe mir das jetzt hier aber als Transition Shade in die Lidfalte. Und dadurch, dass das so ein waterproof Lidschatten ist, halten eure Lidschatten länger. Wenn ihr Probleme habt dabei, Lidschatten, die sich im Laufe des Tages verwischen, verschmieren oder irgendwie creasen, arbeitet mit so einer Base runter. Und da sucht euch eine Farbe aus, die ihr am meisten tragt. Vielleicht hier so ein Rot oder so ein Braunton. Und gebt die Farbe als Grundlage hin. Und ihr könnt es ausblenden. Und dadurch habt ihr dann natürlich eine fixierende Grundlage. Und egal, was ihr den Tag über macht, das Lidschatten-Make-up wird halten. Weil ihr einfach mit verschiedenen Texturen arbeitet. Schaut mal, ich habe auch viel zu viel benutzt. Also so ein Ding, ich glaube, die liegen bei 20 Euro. Je nachdem, ob ich einen Code habe, dann sogar unter 20. Da sind 10 Milliliter drin. Das ist 10 Mal mehr von einer Menge als so ein Puder Lidschatten schon. Und ihr braucht natürlich nicht viel. Ich komme mal ein Stückchen heran und hole euch ein Stückchen heran. Schaut mal, im Prinzip würde das schon reichen. Einfach nur so ein Hauch an Farbe. Und das färbt halt dadurch so ein bisschen die Foundation ein. Ich nehme mir jetzt eine dunklere Farbe. Das ist die Farbe Chocolate. Das ist ein Braun. Ich bin gespannt, ob es eher ein warmes oder ein rotes Braun ist. Auch hier. Mini, 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 mini bisschen. Und mische das mit demselben Pinsel auf meiner Hand. Look at that. Und setze mir das hier in die Crease und blende das hier rein. Ich drehe mal das Licht, weil dadurch, dass ich das natürlich nicht gesettet habe, ist das Ganze so ein bisschen reflektierender. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich was für Leute ist, die schon leichte Fältchen auf dem Augenlid haben, wo Pudertexturen nicht schön sind. Aber auch wenn ihr keine Fältchen habt, auf dem Oberlid. Als Lidschatten Base. Wow. Das ist halt das Schöne. Ich liebe diese Arbeit hier. Dieses Testen, dieses Spielen von verschiedenen Texturen. Einfach zu schauen, wie funktionieren Produkte, was kann man damit machen. Ich nehme noch ein bisschen mehr Braun und gebe das schon mal hier auf mein komplettes Lid. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Look machen. Aber ihr seht, ich kann das aufbauen und ich kann es ausblenden. Und wenn ich hier jetzt gleich noch einen Schimmer drauf geben würde. Wow, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Was ich schön bei Danisa Myricks finde, von den Farben her, ist sie sehr inklusiv. Also dadurch, dass man natürlich in so einen Creme-Lidschatten viel mehr Pigment reinkriegen kann, als in einen Puder-Lidschatten, können auch Jungs und Mädels mit einer dunkleren Haut die gut benutzen, weil die Farben immer rauspoppen. Es gibt viele Base-Farben. Ich hätte jetzt hier beispielsweise damit auch alles etwas aufhellen können. Das ist die Farbe Nude 1. Am Ende ist das eh egal. Eigentlich wollte ich heute einen schwarzen Look damit schminken. Wir probieren es jetzt aus. Ihr seht einmal so, wie es aussieht, wenn man es nur so zart macht. Oder ich habe Angst, dass ich es mir jetzt kaputt mache. Schaut euch bitte einmal kurz meine Base an. Ganz, ganz nah, ohne Filter, ohne alles. Wie schön das aussieht. Ihr habt es so einmal gesehen. Im Prinzip könnte man es jetzt so lassen und hier vielleicht so einen Schimmer rüber gehen. Auch den swatch ich euch einmal ganz kurz. Wow. Das ist wie so ein Glitzer-Topper. Schaut mal, Duochrome. Das ist die Farbe. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Alien. Das ist so ein Duochrome. Gibt auch noch hier so einen grünen, einen grünlichen, einen silbernen und so einen durchsichtigen Gloss für die Augen. Das ist natürlich noch krasser, weil schwarz ist ja eh schon das pigmentierteste, was geht. Ihr könnt das entweder als Eyeliner benutzen oder als Base. So wie ich jetzt hier. Und ihr habt das schwärzeste Schwarz, was man haben kann. Ich presse mir das erstmal hier auf mein bewegliches Lid und lasse das so ein bisschen antrocknen, weil dadurch, dass das natürlich so super pigmentiert ist, muss ich auch sehr vorsichtig sein. Okay. Und jetzt nehme ich den Pinsel von eben, gehe hier nur ganz leicht in das Schwarz rein und blende das aus. Man muss halt nicht mal viel blenden, ne? Ich nehme mir meinen sauberen Pinsel und gehe hier rüber über die Kante. Also das ist natürlich, glaube ich, so eine Übungssache. Wenn man das vielleicht als Basis nimmt und dann mit einem Puder-Lidschatten rüber geht, ist das krass. Ich nehme nochmal ein bisschen Schwarz, presse das hier rauf und ihr habt halt diesen Grungy-Look. Ich mag das ja im Moment total gerne. Ich weiß nicht, was los ist. Auf der einen Seite ist bei mir gerade irgendwie alles Pink und Pastell und die andere Seite ist komplett Schwarz. Ich nehme mir jetzt mal meine Lidschattenpalette mit Catrice und gehe in den Ton Shady. Das ist das Schwarz, nur ganz leicht und will das so ein bisschen damit setten. Denn dadurch, dass es natürlich schwarz ist, soll das auch ein richtig schwarzer, matter Look werden. Und jetzt kann ich das ausblenden und ihr habt halt diesen super grungy, smoky-Eye-Look. Ihr habt jetzt wirklich einmal komplett beides gesehen, ne? Diesen zarten, super romantischen Look und jetzt hier einfach dieses vampy, all black, everything, schwarzer Lippenstift. Und ihr könnt auf den Rave gehen oder ans Berghain. Es ist furchtbar. Es ist wirklich literally furchtbar. Und das, was ihr seht, ist alles nicht so warm, wie es ist. Aber ich glaube, ihr seht, was ich meine, ne? Dadurch, dass ich halt diese krassen Texturen miteinander kombiniert habe, diesen matten Lidschatten und dann dieses schwarze Pigment pur drunter, habe ich einfach den krassesten schwarzen Look überhaupt. Jetzt möchte ich aber diesen Schimmer hier mit drauf geben. Das lacht mich schon die ganze Zeit an. Sieht auch sehr pigmentiert aus. Und dafür nehme ich mir hier diesen Pinsel von Ebelin. Und der ist wirklich gut, um so einen Touch an Farbe hier rauf zu geben. Schaut mal. Einfach hier so rüber für so ein bisschen Bewegung. Der hat nur Glitzer. Also das ist keine schimmrige Base. Und je nachdem, wie ihr euch dann bewegt, sieht man das. Also wenn ich so gucke oder so, habt ihr dieses super, super, super Editorial Make-up. Ich würde tatsächlich anstelle von diesem Rot vielleicht einen kühlen Braunton benutzen, um das Ganze auszublenden. Habe ich jetzt hier aber nicht gehabt. Aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Wisst ihr, was wir mal ausprobieren? Wir gehen jetzt mit dem hier als Lippenstift lang. Ich liebe... Wow, ich sehe wirklich verrückt aus. Ich liebe es. Ihr wisst es, Sachen zu benutzen, für die sie eigentlich nicht gemacht sind. Aber hier ist es halt der Fall. Schaut mal, wie pigmentiert. Und dadurch, dass sie wasserfest sind, wird es auch den ganzen Tag halten. Das trocknet natürlich jetzt an und wird ein bisschen matter. Aber dafür gehe ich gleich noch mit einem Gloss rüber. Das ist ein Dew Wet Balm. Shade Morning Dew. Damit soll man so ein bisschen die Base highlighten. Das ist auch im Prinzip so, erinnert ihr euch an die Dominique Cosmetics Dinger. Das ist so ein Balm. Und das toppe ich mir einfach hier rüber. Das gibt so ein bisschen Feuchtigkeit nochmal zurück. Und so ein bisschen Bewegung. Wow. Ich mache mein Make-up einmal fertig. Frau Lippen, bin gleich wieder da. Und das ist einmal der fertige Look. Freunde, I feel like a sexy Biker-Braut. Rihanna 2010, Rude Boy Era meets Maxim Giacomo. Ging ins Berg ein und kam so wieder raus. Abgesehen davon, dass das jetzt natürlich ein Look ist, der sehr grungy ist. Sehr goffy, sehr moody. Ist das qualitativ fantastisch gewesen. Schaut mal bitte meine Hand an. Das ist pures Pigment und das ist Artist Maker. Aber so gemacht, dass man es benutzen kann. Und so gemacht, dass es Spaß macht, das zu benutzen. Ich bin nicht die größte Make-up-Maus hier. Ich weiß, wie ich mein Gesicht hinkriegen soll. Mehr oder weniger. Oft. Nicht immer. Und ich habe es hinbekommen, mit Creme-Texturen zu arbeiten. Wenn ihr Lust habt, verschiedene Texturen auszuprobieren, verschiedene Farben, dann sucht euch ein, zwei Farben mal aus. Ich rufe morgen um neun, jetzt ist Sonntag um neun Uhr, für euch an und frage, ob ich einen Code bekomme. Pupa Lemon-O-Ring. Ob ich einen Code bekomme, denn das ist fantastisch. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Und das Ergebnis ist sehr, sehr schön. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Freunde, am Mittwoch seht ihr ein sehr aufregendes Aufgebraucht-Video. Eigentlich waren fast nur Flops mit dabei. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und für Heiligabend denke ich mir noch was Schönes für euch aus. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.